ARD Text im Auftrag von Funk Regulat Nein, nicht Nightmare Mach's nicht Explore Okay, wechseln Du hast Nightmare gemacht? Nein, hab ich nicht Du hast es danach wieder runtergescrollt Nein, hab ich nicht Ohne Scheiß Junge, hast du wirklich Stirb Du hast Nightmare geklitten Ja, jetzt sind wir im Demo Wie ist es, dass es nicht voll wird? Oh, was ist das denn? Oh Kann ich vermissen Ähh 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 Ja Okay Oh, steht schon bei Puppe Ja Warte 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 Wir haben es echt noch nie gespielt Wir haben uns vorhin mal ganz ganz kurz hier das bisschen Bis er zu den Token angeklickt hat Auf E T-T-K-M Achso, man kannst es angucken Achso Achso Da kommt auch nur so ein Ding Ich weiß nicht, was das zu lesen Leute Ich weiß nicht, was das zu lesen Leute Achso Lass dir auf die Puppe Okay Also wir wissen, dass es zuweilen ist Diese Puppen böse sind Ey Die hat sich bewegt Doch, die hat sich in deine Richtung gedreht Siehst du das? Ich weiß nicht, ich hab das gedacht Nie gehört alles Ich hab das gesagt Aber da wird man den Tier nicht mehr zu Ja ich kann ja echt ein bisschen klöpseln Wir haben es echt noch nie Eigentlich gespielt oder angeguckt Was? Achso das wollen wir auch nicht Kannst das irgendwie nehmen? Habe ich nicht Haltsdick, Haltsdick es ist hier noch mal das war ich werde untersuchen das stimmt es ist das nicht so gut das ist ein bisschen ja genau das wird Da haben wir es nicht. Oh, weiß genau, ne? Die Nächste? Die Nächste? Die Nächste? Und rechts zu höher? Ja. 20 Sekunden. GG. Was ist denn los? Ja, okay. Ich weiß, da Nächste. Kannst du Ränder lösen? Ja, aber nicht so schnell. Mach mal, ich hab doch ein bisschen. Nein! Ja, so ein Globus, er hat sich verliebt. Das macht keinen Scheiß. Ich weiß noch nicht mehr. Ja, ich weiß noch nicht mehr. Kreis? Oh, die scheiß Schlüssel das hier. Ach so, ich dachte das war so ein roter Kreis wie auf dem PS3-Controller. Ach so, das ist der Schlüssel. Da muss denn was rein. Ich würde sagen, dass du oben irgendwo landest. Oder unter der Treppe leist. Oder unter der Treppe leist. Okay. Oder andere Seiten. Wahrscheinlich ist es mir so lange. Oh, das ist ja auf der Tür. Also, wie gesagt, das hier was ist. Ja, ich würde... ...schönen wir doch mal... Oh nein, ich würde mich weglaufen muss. Oh nein, was ist denn los? Ich würde sagen, wir lesen uns nicht durch, Alter. Wir lesen uns nicht durch, Alter. Ich bin nämlich so hardcore. Voll krass, danke schön. Das ist natürlich... Pfff... Ein ganzes Blut. Das heißt aber... Feierabend. Ähm... Was heißt das Feierabend? Was heißt das Feierabend? Nein. Oh... Was ist das Feierabend? Wieso kommt das Feierabend? Ich glaube... ...und wenn ich mal Polenade... ...kürtchen... Kannst du da etwas nehmen? Nein. Was ist das so ein Teufel? J-drück. J-drück. Ach, das habe ich ja nix gesehen. Wann ist das J-drück? Ich habe vor dem Scale-Modell auf dem Wilden-Seap. So, das ist ein Teufel. Okay. Wo hast du das Feierabend? Ja, ich bin bald los. Man... ...und... 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 T1, T1 oder T1? T1. T1. Okay, ich leg dich wieder an. Ja, Schlüssel, nehmen die Schlüssel. Die Prof ist aber auch noch weg. GG, das wackelt mich nicht. Das ist nicht so eine Schamze. Nicht die Tür. Doch, glaub ich nicht. Füße? Was ist denn so? Wenn man Zapte verliert, dann kommt es. Aber es ist zu leise, dass man Zapte verliert. Ach, scheiße. Was? 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 Wack, wack, wack. Schlapp. Sie brauchen einen Zahn. Ah, warte, warte, warte. Wo ist das Ding, in dem was noch dran war? Oh. Nein. Hier. Da. Sie sehen doch. Da wäre dieses Bonks-Medallion dran. Ach so. Wo ist das hin? Hier muss keiner mehr sein. Guck mal oben, du warst noch nicht oben. Man kommt hier rein, aber das Ding ist noch nicht oben. Keine Ahnung, das Spiel ist ein russisches Wüstenbruch. Andere Seite vom Tisch ist neben mir. Also weggepackt. Tod ist es. Oh, ein piece of bronze vest. Dutty Glut. Das war er nicht da, oder? Nee. Ab dem sind die Rangereien. Doch. Ach, zum Glück. Oh, ich kratze es, ey. Was ist das? Oh, guck mal, da ist das kaputt. Da ist Blut am Ende. Tatsächlich. Ne, gehen wir mal rein. Das ist ein piece. Oh, die Fingernails mit trübe Blech. Oh, ja. Oh, das ist was. Da ist was. Ist ein Rang? Vielleicht die Tüsse auch. Da ist ein Rang. Ja, können wir saufen uns ein. Ich kann etwas grabben. Ich mag die Sillyx. Du hast es gelesen. Oh, jetzt hat er irgendwas anders. Grim. Also. Oh, wir können auch magern. Was ist mit der Junges weg? Guck mal in dem Loch da. Vielleicht hat die Puppe ja da was geöffnet. Aha. Ach, die ist angezeigt. Weg. Die sind angezeigt. Natürlich, in den dunkelsten Keller. Oh shit. Lass die offen. Lass die offen. Oh fuck. Was? Die nächste Puppe kommt schon. Ja, die ist mit Kreden. Was? Zieh ab im Bild. Oh, scheiße. Dann Prinzessin. Lass ihn ein. Alter. Irgendwas hat dir den Weg versperrt. Oh ja. Was greifst du denn so, Mann? Geh dann weiter. So eine ähnliche Meinung wissen. Nein, jub mich nicht. Das jub dich. Das ist nur wein. Das ist nur wein. Get out. Renn. Renn weg. Renn raus. Komm, ich komm. Fuck. Der ist ein anderer. Oh ja. Oh, fangen. Oh oh. Oh. Nice. Nice gemacht. Oh oh. Nee. Nee, kann ich kaum gucken. Oh fuck. Oben passiert wieder was. Nee, nee. Doch, eh. Was wird jetzt jetzt hier? Guck mal, Jack. 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 Boah. Also du machst die Räume auf. Nicht im linken. Nicht im linken. Das kommt auch in den. Lass doch. Lass doch. Ich versuch mal das linke Teil abzumachen. Das Teil aber gefangen ist. Das ist oben oben. Oh, oh, oh. Oh, nein. Das Ding hat eine Seite. Ja, das ist ja auch drüber. Ja, das ist ja auch drüber. Ja, das ist ja auch drüber. Oh nein. Ganz offen. Ah! Ich hätte auf den Haus lassen, wenn man auch in diesem Raum ist. Ja. Alles klar. Du sitzt offen. Hübscher. Ich kann das nicht verweinigen. Ich hab euch doch lieb. Die Puppe war ja immer in der Tür. Es ist einfach ausgelöst. Wer spielt denn bitte durch eine scheiß Fensterpuppe? Was weiß, als ich jetzt ein Trauma durch diese Puppen kriege? Oh nein. Irgendwas ist in der Kiste. Das springt dich jetzt an. Schade. Oh nein. Das ist die Puppe. Geh da nicht hin. Jumpscare. Oh Scheiß. Es ist bestimmt ein Jumpscare. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Oh nein. Ich will dich nicht langsam. Nein, du hast da irgendwas gedrückt. Nein, ich will dich nicht langsam. Ich kann nicht laufen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gehst du das raus? Die Tür ist weg. Die Tür ist weg. Die Tür ist weg. bombardiert. Geh rückwärts zur Tür. Ich muss durch die Tür. Du bist tot. Blas Checkwand. Oh Maaan. Alter. Jetzt bin ich tot. Da war der Jetpoint. Zuspielen. Das ist kacolisch. Wie ein Scheißspiel. Also Scheißspiel ist es nicht. Aber irgendwie ist das ein bisschen. Das ist also noch ein bisschen mehr. Ja. Hey lol. Guck mal. Ich gehe hier rein. Ja. Da ist die Kinder doch hier. Ja. Wir sind auf jeden Fall überall im Ort. Ja. 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 Warte was. Warte. Warte. Voll gut. Ja. Warte zu lösen. Ja. Warte. Also das Spiel geht immer wie aus dem Feld. Ich muss das gerne. Ich verstehe doch den Scheiß. Warte gebrauchen. Was können wir uns noch mal? Ja. Hölsch für den Scheiß. Warte geht mir nicht mehr. Ok. Zack. 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 Ja, das ist ein Kerl, ja. Ich weiß, dass ich mich zum Vorbild haben. Deshalb möchte ich es nicht mehr gruselig. Ja, ja, ja. Hallo, meine Kumpel. Ey, das war doch grad nicht so. Nee, das war anders. Das lag anders. Das lag direkt vor mir. Okay, wir sind zwischen, ne? Ja. Achso. Jetzt, jetzt, geht's runter. Wir wollen, ist irgendwas passiert? Der Schalter ist nicht da. Ja, der kommt erst. Achso. Du musst dich ja erst befreien. Kannst du jetzt zurücklaufen? Ja. Das muss dich ja bauen. Ja. Ö. Das ist normal. Das kann gar nicht mit dem... Komisch. Alter, ist das immer anders, wenn man stirbt. Hammer nice. Das ist wohl egal. Ich denke auch, dass es... also ich denke mal nicht, dass es da so viele Möglichkeiten gibt. Oh, das ist Miniatur. Hä? Ich komme Miniatur in den Hand. Ich will mal gerne wissen, wann die Demo-Zelle ist. Ach, nein, ich weiß, dass man so ein bisschen nach oben genug deckt. Vielleicht geht das Richtige danach anders. Oh, das ist eine Entschließung. Vielleicht hört das mal aus. Irgendwie geht die immer automatisch aus, die Taschenlampe. Was hier im Spiel gibt, oder? Was hier im Spiel? Okay, super. Jetzt kannst du ja das Spiel. Dann renne ich einfach direkt raus, wenn man hier bleibt. Genau. Guck, hinter dir ist jetzt die Tür. Und da ist vielleicht das Bild da drin. Stimmt, das ist durch. Ach stimmt, das ist anders. Hast recht. Ja. Das ist auf jeden Fall definitiv anders. Wenn eigentlich... Die Tür ist dann da. Stimmt! Ich muss dann hier durch, damit es die Tür aufsetzt. Ich weiß nicht, wie der Romme fällt weg. Das ist aber... Das ist ein bisschen... Das ist mehne. Und da bist du echt saulangsam. Okay, komm, ich mach nichts. Das ist super. Die Kugel weg. Jetzt geht's nervös. Ich darf da nicht hingehen. Aber weil die sich selber weg ist. Da steht die... Ich weiß nicht, das ist ein Schatten. Ja. Ich gehe sofort weg. Du stellst dich auf mich jetzt ab. Bist du, das ist abgeschlossen? Das ist noch nicht. Dreimal erwischen, wenn sie sich überraschend ist. Häh. Ich halte dich schon wieder anders um. Nicht. Ich mach es. Da darfst du nicht aus dem Licht wissen. Echt da? Da blinkt es immer. Das ist wieder bewegt. Echt? Wenn es sich das wieder rausgeht. Oder muss du das? Nee. Da, da, da. Jawohl. Ja, Licht. Ich hab dich nicht gesehen. Danke, ey. Ich hab dich gar nicht gesehen. Jetzt geht die Tür wieder auf. Oh. Chain? Na, cool. Oh, was? Was war das? Die, die, die gab es doch noch ein kleiner, oder? Ja, ja, hab ich ja gesehen, ja. Mit dem Krayon. In einem anderen Schlag liegen wir, was mit dem hier da kommt, was kommt. Oh, Etik. Dachboden. Etik. Vielleicht musst du jetzt wieder irgendwas drucken. Das ist vielleicht. Nee, das geht. Ich kann nicht machen. Ja, ich bin es euch woanders. Das soll wieder sein. Das soll wieder sein. Wahrscheinlich nicht. Ah, die schleifen. Das ist krass. Kann ich's machen. Ich bin auch fast nicht, dass jetzt irgendwas passiert. Ja. Ich bin auch mit dem Kaller. Ähm. Ja. Ob ich jetzt. Da wohl. Den Keller. Ah. Das ist so ein Sawcaller oder sowas. Ja, das ist die Wände so Kacheln und sowas. Ja, ja. So ein Gitter. So ein Sexgitter. Ich kann nicht wachen, also. Halt einmal, sie machen jetzt das Feeders gebrochen oder so? Ein Sehner abgeraumt. Jetzt bin ich blind. Ja, du bist jetzt auch so ne Puppe. Okay, dann noch ein Herr mit deinem Gesicht dran. Ah, die Demos zur Endung. Echt? Ja. Die offenen uns einfach weg. Ne, ist nicht. Doch. Also, okay. Ist wahrscheinlich nur die Facecam da. Ja. Das war jetzt die Demos. Das war jetzt das Bild. Ja, das war jetzt das Bild. Das sieht jetzt einfach länger aus. Ne, die Facecam sind größer. Ne, nicht größer, das ist dumpf. Oder ist die Bildschweiße. Ähm. Ja. Das war's mit dem Spiel. Jetzt haben wir zwei Spiele hier gespielt. Läuft auch. Nice. Die Demo ging nicht sehr weit, nur bis zum... Wie hieß das Ding? Okay. Das ist ein Raum, in dem ihr dort aufgehoben habt. Das ist kein Etic. Achso. Den Etic, den er aufgehoben hat. Da musst du ihn. Dann das. Dann das. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's gleich. Wann wir noch irgendwas finden, was wir spielen? Minecraft. Wahrscheinlich. Oder. Weiß ich nicht. Wir haben jetzt 23.45 Uhr. Schöneres kommt. Was man hier sieht. Warte. Nein, da. Aua. Da. Da? Da. Da unten ist die Uhr. Dann bis zum nächsten Mal. Ich guck dir bock auf. Vielen Dank.